Was ist das? Was soll auf die Idiot? Ja, dann schieb ich nicht so, du Tepp. Wenn sie du so gestellst, schafft sie heute nicht mehr das gleiche Geschiss wie dir. Komm, du hast es da. Ah, meine Praktikantentruppe. Kollegen, Chef, heute alles super hinkaut. Die Feuerwehr hat uns den Typen auf der Art 220 von seiner Kiste, die unter dem Lkw gesteckt ist, rausgeschnitten. Verdacht auf mehrere Knochenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma. Die Wunden haben wir natürlich erst versorgt und den Kreislauf stabilisiert. Für Sie, Herr Doktor, bleibt eigentlich fast nichts mehr zu tun. Ja, bravo, Jungs. Und wo ist der Patient?